Hei, hei, wie gut das klingt, dabei meinst du frei von mir. Normalerweise wollen die Bands ja schön aussehen, sportlich und attraktiv. Und wir machen genau das Gegenteil, sind alt und hässlich und fett. Es ist immer schwer, eine Single auszusuchen. Jeder denkt irgendwie, ja, was könnte dann passieren, was könnte dann passieren. Und in letzter Zeit sind wir eigentlich dazu übergegangen, einfach ein Lied zu nehmen, was uns gut gefällt. Und bei Benzin haben alle gesagt, okay. Ich war nicht schlau von seiner Seite her. Weshalb nicht? Wenn du Präsident bist von einem Land, ja. Also man soll immer so tun, dass man das, was man will, schon erreicht hat. Er sollte sich praktisch benehmen wie ein Präsident. Und dann weiß ich nicht, ob du eine schlaue Geste für einen Präsidenten bist. Gott sei Dank wird ja auch kein Präsident, sondern Bundeskanzler. Also er liegt dort an der Chef des Landes. Uns an das ganze alte Material gemacht, was wir im Laufe der Jahre zusammengetragen haben. Und das in eine gute Reihenfolge zu bringen, hat eine Weile gedauert. Er ist eine gute Reihenfolge. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Verzohlen ist keine Ruhe. 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 Verzohlen ist keine Ruhe.